meine lieben freunde willkommen zu einem neuen video ich habe ja beim letzten video schon gezeigt wie sich der anhört wenn der motor läuft es hat sich herausgestellt motor ist defekt und der kondensator ist defekt jetzt habe ich das ganze ding auseinander genommen also wenn man an den motor dran kommen will muss man das ding komplett auseinander nehmen so habe ich jetzt auch die möglichkeit zu zeigen wie so ein wärmepumptrockner auch von innen aussieht wir haben hier einmal das ist glaube ich die kühlabteilung hier wird das ganze gekühlt und hier wird das erhitzt also ist es hier so ein kreislauf mit diesem f gas oder was da drin ist weiß nicht genau aber wenn man wir den schon so weit auseinander haben dann können wir sehen man kann zwar von hier aus an diese rippen dran die reinigen aber das bringt uns absolut nichts weil schaut euch mal an wie es hier aussieht hier kommen wir nicht dran das heißt wir müssen das ding wirklich komplett auseinander bauen um irgendwie diese ganzen heizelemente oder heizrippen alles jemand zu reinigen und wenn wir mal jetzt hier reinschauen schaut euch das mal an das ding ist total versaut so die ganze leitung ist hier total verschmutzt hier wird das wasser abgekühlt das fällt darunter und dann fließt es hier schön so durch bis hier hin diesen kleinen kanal und landet hier im flusensumpf und von dort aus wird es hier mit der pumpe hochgepumpt in den behälter aber wenn ich mir das hier anschauen schaut euch das mal an hier guck mal guck mal was da da kommt kiloweise was raus wenn so eine pappe da ist dann kann das ding absolut nicht funktionieren ja so viel dazu wir werden denn jetzt komplett innerlich reinigen äußerlich wird er gereinigt eigentlich geht es jetzt um den motor ich will gleich den motor reparieren aber da werde ich euch noch mal ein extra video machen zeigen wie man den motor repariert den motor habe ich auseinander gebaut den oder ich habe den jetzt rausgeholt den baue ich gleich auseinander und dann werden wir versuchen den motor zu retten weil der hat sich wirklich schrecklich angehört ihr habt das ja im letzten video gehört aber hier habt ihr schon mal so ein einblick wie so ein wärmepunkt trockener aussieht hierbei kann man eigentlich von hinten dran kommen ohne großartig auseinander zu nehmen da muss man nur eine klappe abnehmen aber hier drunter kommt man nicht ohne den komplett auseinander zu nehmen man muss die ganze trommel alles rausnehmen um da dran zu kommen da müssen wir aber auch sehr vorsichtig sein um das zu reinigen damit ich das mit alles hochheben muss weil die weiß nicht wie empfindlich die ganzen dings leitung sind habe ich mir hier so ein sprühdings hier besorgt und damit kann es schön easy alles reinigen das wasser läuft ab und alles ist bestens falls ihr auch sowas vor habt schafft euch so ein teil an das ist wirklich praktisch aber so sieht es aus wenn man wirklich jetzt den motor reparieren will zu dem motor mache ich ja noch ein anderes video aber so sieht das aus heftig oder hätte ich nicht gedacht diese abdeckung ist eigentlich hier oben drauf die muss man auch separat komplett abschrauben und mir ist gerade aufgefallen ich habe die ganzen schrauben fast verloren jetzt muss ich die ganzen schrauben erst mal einsammeln damit ich das ganze wieder zusammenbauen kann ansonsten wird es ein bisschen schwierig ja so sieht das aus meine lieben freunde schreibt mir in die kommentare würdet ihr euch so ein aufwand geben um ein trockener zu reparieren oder würdet ihr sagen nö ist mir zu viel ich kaufe mir lieber einen neuen trockener für mich ist das ein hobby ich mache das liebend gerne ich habe mir alles selber beigebracht deswegen mache ich ja das ganze und ich versuche mir auch immer zu merken welche schraube wohin kommt somit sage ich erstmal ciao kakao leute und bis zum nächsten mal